Die Smart Beach Tour ist hier auf dem Center Court gekroppevoll immer und ein riesiges Partyprogramm im Haus der Insel an zwei Abenden und einen Abend hier am Januskopf im Zelt. Ja, die Bedingungen sehen ziemlich gut aus. Ich bin gleich im ersten Hed. Die Favoriten sind definitiv... Ja, Ben Flessner, Helge, Bruno Asmus und Vincent Langer. Das wird bestimmt ganz witzig für heute. Ich will hier gleich gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war heute schon ein sehr langer Tag. An sich relativ wenig rennt für den langen Tag, aber viele Segel aufgebaut. Aber so ist es nochmal im Regattasport. Dafür war das Kurs dann heute umso schöner, dass ich da jetzt vier erste Plätze habe. Kann ich es natürlich morgen beruhigt angehen lassen. Ja, das Haus der Insel ist natürlich nochmal heute Abend angesagt. Das ist Aperolneid. Da ist natürlich richtig was los. Und da werden über 2500 Leute sein. Also wer feiern will, wer Spaß haben will, muss da hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.